Was spielt hier da? Das ist dieses Spiel, wo man nicht... Ach, Mika ist da. Was? Wo man was nicht? Der Michael Myers steht hier gerade vor mir. Echt? Ist der AFK? Nee, der läuft. Okay. Pass auf, der kann nicht stalken, wenn er sich anguckt. Nein, der sieht mich aber nicht. Okay. Hi. Es geht. Jetzt habe ich Scherzklopfen. Pass auf, im Moment hast der One-Hit. Im Moment One-Hit ist der jeden. Ich hab mein Ding kaputt gemacht. Oh nein, das ist unser Mate. Unser Mate hat alles zerstört. Er hat mich. Das war's mit dem Ersten. Er hat mich. Ja, weil der eine sich hat homstocken lassen. Sag doch, dass er da kommt. Digga, danke an dem... Weißt du? Ja, halt die Tasse. Ich bin heute schon genervt genug. Ah, und sehr, sehr, sehr spuchtig irgendwie. Ey, meine Tastatur hat heute schon plötzlich funktioniert. Also, was darf ich? Woher hängst du denn? Nix machen. Nix machen. Digga, das ist ein Knotett. Aggressionen. Jetzt packt er mich auch. Ja. Cho, engel. —Dec, das taktisch. Das taktisch. 590 €. Ich hab' aber... ...56 € gespart. er kommt er kommt da will ich haben will warum ich habe ihm nichts getan lasst mich in ruhe jetzt hänge ich hier oben war scheiß drauf fast alle jensen sind so gut wie fertig ja du solltest mal die leute hier befreien ich bin doch gleich entspannen dich wenn dann hier bei dir rumläuft kann man dich nicht befreien außerdem kommt der mädt auch schon weg hier schnell weg hier wo ist er kann er mich immer noch woher kommt schon wieder lass mich doch mal ach komm der kann kann uns alle ziehen nein ja ja mann ja warum ich warum ich fast scheiß drauf kürnl krieg von mir ein hubschrauberpulli damit war auch unterschiedlich aussehen der gröner fliegt er liegt auf der helikopter was ist das denn hä was sind so dieser mülleimer nemesis was ist nemesis keine ahnung nemesis ist von resident evil das ist dieser riesige und da laufen sowieso schild der kann nicht anwachsen ja gut ich warte dir mal hinterher hallo wer ist das denn das ist der könne ja der könne ich krieg jemanden der hat mich hat er mich schon ja ich mach mal ich geh mal am bank aus und mach ich zieh was geld ich hau einfach mal der nemesis nervt mich und der hat ein zombie dabei ja sag ich dann ihr hängt da alle mit fünf mann am stromagrikat okay und ich häng hier bei dem idioten bei äh bei Thanos der sieht aus wie Thanos ja der sieht aus wie Thanos, da ist er ich er kommt hau ab ah ja der ist hinter mir warte lass mich den Toten suchen dann haben wir es schön für dich ok wo ist Thanos warte komm mit in die killer check komm mit komm mit die sau warte mal wo ist das Toten ist das vielleicht hier unten nein das war die Kiste hier hier ist die kleine Ratte hier unten ist kein Toten hier ist so ne Kiste die ich öffne oben ist ne Kiste neben der Treffer öffne die mach da ist ein Serum drin und kannst du dir snacken wenn du willst das kommt ja gleich ruhig rück mich jetzt mal runter hier ne ne ich fass ich weiß du willst mich hängen aber du kannst nicht oh Gott du kannst wohl das kannst du dir dann injecten das Serum ich bin so Drecksau ich bin so Drecksau das kannst du dir schön spritzen nein du helf mir doch mal ich häng hier auch selber ich kann nix machen ich wollte hier noch hops nehmen ja ich suche eigentlich eher nach nem Toten gerade damit sich Jay healen kann selbst aber ich find keins ich hab jetzt ich hab mir so ein Serum jetzt gegeben was bringt das oh my god er hat mich gesehen oh ja er hat mich angewixt ich komme komm mal hier her komm mal nach der Opa oh das ist ein Zombie das find ich nicht geil wo ist Thanos ha mich kriegst du nicht Thanos 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 ist bei mir komm mal komm mal Alter der Opa komm alles gut renn weg renn weg er hat mich gehirn aber ich bin noch da wir sind tot wenn er dich hat ne wenn er dich hat sind wir alle tot was ist das so ne Peitsche was ist das so ne Peitsche warum hat der ne Peitsche so tschüss ich hab hier auf die Krallen bis zwei auf die Krallen du bist halt gut naja nicht aber das war halt gut gespielt von ihm aber das war scheiße weil ich sowas unfaires Spiel warum Ja, weil du kannst nur doch nichts mehr haben. Ja. Ja, ist doch für ihn ein leichtes Spiel gewesen, mal eben hier durchzupackt werden. Ja, wuss. Mit den Zombies und mit der Peitsche und so, ist schon OP, ne? Der hat 360 Spiel schon. Der Killer ist nicht OP, ich schwör's euch. Der Killer ist eigentlich übel, einfach zu kontern. Ich hab einfach nur Dogshit gespielt, wirklich. Warum hab ich die ganze Zeit so ne blöde Krähe über mir? Weil du zu lange an einer Stelle sitzt. Oh shit. Der Killer ist auch noch neu im Spiel, wie wundervoll. Lebt ihr alle noch? Ja, ja. Ich bin, ich bin, komm. Ja, ja, ich besser. Außerdem hörst du dann auf dem Map, wenn du das geräuschelst. Hmmm. Du weißt, da hängt einer. Nein, ich hab's verkannt. Das! Mal, wo haben wir's denn her? Der hat Iron Will dabei. Ich bin gar nicht höchst du das Ding, wenn ich mir wirk. Alles gut gemacht. die menge wenn ich bin und die mal eben ab ja kommt auch mal jemand ich sehe zwei dahinten und einen hinter mir ja mach du mal fahrer fertig ich hole die runter ja ja du achs knüsch sie ab ich versuche mein glück ohne dass ich von macht ja danke ich habe wenigstens ein gen geschafft ich bin ich im frieden wo er dran wer hängt denn jetzt schon wieder die hängt jetzt halt die ganze zeit rum auch ab jetzt du kann man den jemand ablenken oder hängst du ich bin tot kämpf mich ab warte ich halte mich gerade kurz die geht mir ein bisschen auf den keks wenn ich ehrlich bin ich kann mich gar nicht verstehen wieso denn da kommt auch schon gleich wieder wieso denn die wandersing warte ich krieg das nicht auf die kette mich zu heilen warte ich habe ich mir alles kaputt gemacht ich habe ich mir alles kaputt gemacht wir haben die wandelndat müll seit ihr noch am am leben oder seid ihr schon englieties schon wieder Ich bin noch am Leben, nur Manni ist tot. Ja, ey. So, kommt Trashen jetzt. Was hat die jetzt gemacht? Mich getötet. Wir haben es gleich. No! Ja, da, da, da! Nächster Generator. Sehr gut. Jetzt hast du das Hund, äh, das, äh, Schiff zürgen lassen. Das Horn. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt auch schon von Faro verabschießen. Der wird jetzt auch rausgetunnelt. Echt? Der war doch gerade noch bei mir. Bist du hier bei mir? Ja, ich hab sie auf mich gelockt. Schenk Faro ab. Oh, danke schön, ich bin hier von dir. Brauchst du Hilfe, da ich verarzt sie? Ja, bitte. Ach, mehr. Mach mal deine Mutterbrotiuser aus. Aua. Ja, die hat's noch die Batscher. Die hat's noch... Oh, mein Gott, ich hab eh geslammt. Hat sie dich? Die hat's noch die Batscher dabei. Ja, ja. Die hat's noch die Batscher dabei. Die ist da vorne. Guck mal, hier, guck mal. Hier lang, hier lang. Die ist da vorne. Wenn mich jemand abhuckt, kann ich mich wieder nocken lassen. Dann kann ich sie triggern, dann könnt ihr abhauen. Haut ab, renn weg, renn weg, renn weg. Es sind nur noch zwei Generatoren, ne? Ja, ja. Vorne war, glaube ich, noch einer. Ich geh ja mal hin. So. Alles gut, alles gut. Renn weg, renn weg, renn weg. Renn weg. Wird das denn da? Ist gewollt. Du watschelst wie eine Ente. Donald ist auf Tour. Ich guck mir das von hier oben an. Fuck. Ach, Mann. Wo bist du denn? Du kleines Drecksding. Ganz an der Ecke vorne. Ich suche ja hier die Generatoren, aber ich finde die nicht. Absolut, mit dem Arsch. Oh, oh, oh. Wer hat die wieder gegabelt? Ich, 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 ich. Wo ist sie? Nein, das ist nicht. Die hat mich gerade noch verfolgt. Das ist direkt. Ich höre die. Oh, du siehst ja. Du bist ja voll gut. Habe ich dich nie so wahrgenommen. Hä? Was warst du voll gut? Da, 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 da. Oh, mein Gott. Hat die dich? Nein, nein, ich seh die, aber. Ich muss noch ein bisschen kurz sein. Ja, ich hab von. Wusste ich ein bisschen. Jetzt kommen wieder diese Ketten Sachen. Nein, nein. Ach, ich hab den letzten Generator gefunden. Das ist gut. Wir haben doch zwei, die wir machen müssen. Aber Faro ist doch an einem. Ah, fuck. Der will gar dabei. Nein. Du lebst noch, Aaron? Ja, ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich hab den Killer mit zum... Bitte, die sollen nicht zu mir kommen. Ich bin eigentlich in der Nähe von meinem Boom-Tutte. Oh, du bist ja bei mir hier. Kuckuck. Hallo. Ach, scheiße, Mann. Wie, keine Ratte. Wem hat sie? Faro? Mich. Faro, Faro, Faro. Ich hol dich gleich, Faro. Kümmer du dich weiter um den Gen. Ja. Mach die ganzen Skill-Checks, ne? Die kommen. Ja, ja, ich bin dran. Ne, ich mein nicht du, sondern ich mein Faro. Alles gut. Ja, mach egal. Ja, ja. Ich kann dich holen. Keine Frage. Oh mein Gott. Ich hab auf den Killer gehabt gehabt. Ich hab den Skill-Checks nicht gewählt. Oh oh. Was los? Läuft dich? Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Zu mir? Oh mein. Nein, nein, sie ist zu mir. Ich hab mich immer nicht gesehen. Oh mein Gott, sie kommt. Sie sucht mich. Ja, sie hat sich gesehen. Ich hoffe, die kommt. Oh, fuck. Hat sie dich? Hat sie dich? Danke, dass du den gezankt hast. Ich bin gleich nattisch. Ach nein, was ein Tag. Hat sie dich? Die jagt mich noch. Die jagt mich noch. Ach, ich will können kommen. Komm, schneller mit dem scheiß Aki. Ich sei hier direkt. Ja, hab ihn. Sehr schön. Naja, nicht. Jetzt finden doch einen Gin. Ich werde sterben. Ja, ja. Das ist toll, sorry. Ich hab mein Bestes versucht. Alles gut. Ich suche hier immer noch nach Totems. Ich find gar... Ah, hier. Ich hab ihr Totem gefunden. Endlich ist ihr scheiß Totem weg. Wo läuft die rum? Und vor allen Dingen, wo ist der Generator? Auf dem Schiff. Auf dem Schiff? Geht egal. Da, wo du gefordert gewesen bist, an der Mauer. Wenn du dann zurückläufst, da steht dann ein Schiff vor dir dann. Da drauf. Ein Holzschiff. Ein kleines Holzschiff. Holzboot. Genau gegenüber da. Hier irgendwo? Warte, ich komm mal rein. Das ist... Kann ich nochmal switchen? Da. Dach, das kleine Holzschiff da vorne. Okay. Ja, ja, da vorne ist ein Holzschiff. Ja, Holzschiff. Genau da ist der Generator drauf, genau. Ach, du da. Ich suche eine Weitere Kamera von Totem, ne? Und wo ist die Ladadida? Hörst du das? Nee, ich hör die nicht. Okay, ich... Auch die Familie in der Nähe, aber halt nicht so weit. Also ähnlich so, na... Die ist schon ein bisschen entfernt. Ich brauch ein bisschen Zeit. Jetzt sind die, ja. Ich hör die Stimme. Ja, ja. Sie kommt. Sie kommt. Ja, ja. Ja, die... Oh! Boah, die geht mir auf den Sack, ey! Du musst kreuz und kreuz und kreuz. Ja, du bist in sie reingrennt. Boah, die wirft mir irgendwas. Echsen. Idiotensohn. Lumberjack ist einem gesagt. Nein! Nein! Aber du hinkst noch nicht, das ist gut. Jetzt häng mich. Ich häng mal ein bisschen. Jetzt muss ich abhängen. Nein, nein, nein. Er schillt jetzt bald mal eine Runde. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte retten Sie mich! Ich bin in Gefahr! Ich bin in Gefahr! Warte, komm her! Aus, Siehser! Siehser, renn weg, renn weg! Rennst du bitteschön! Ich bin in Gefahr! Na, fuck! Der wird nicht einmal gehen. Na, da halte ich mich kurz hin, ne? Warum fehlte ich das wieder unterregt? Das ist Holzmichel! Ich habe eh geslammt. Ich habe eh geslammt. Ich bin dead, ich bin dead, ich bin dead. Ich bin tot. Ah, ich achte hier auf tausend Sachen gerade. Nein, renn weg, renn weg, renn weg. Such die, such die Luke. Wo könnte die denn sein? Überall. Überall ist gut. Aber du hörst den Sound. Ich gucke dir gleich zu und sag, wenn du den Sound hörst. Du hattest erst, wenn ich tot bin, kannst du die bekommen. Ja, ich muss ja trotzdem irgendwo mich verstecken jetzt, ne? Nein, musst du nicht. Du musst einfach rumrennen, das. In der Hoffnung, dass du sie vorhin rennest. Weil wenn sie die findet, bist du schon am Arsch. Es sei denn, ich kann Agi noch. Nein. Was bringt dir das? Dann läuft sie einfach von dem einen Ausgang zum anderen. Ja, sie hat die Luke gefunden. Jetzt bist du eigentlich schon am Arsch. Jetzt musst du einen Ausgang öffnen. Und jetzt rennst du von Ausgang zu Ausgang. Dann bist du im Arsch. Da hast du die Luke. Mal auf, da bist du in die Bude. Ich sag dir gleich, ist sie da. Du hast nicht lang. Aber ich muss noch das Sturmaggregat erstmal anmachen. Nein. Wenn sie die Luke schließt, nicht. Ach so. Mach mal auf jetzt die Bude. Sonst könntest du den gar nicht aufmachen. Ach so. Aber geht doch. Ja, es geht. Weil alle Generatoren jetzt fertig sind. Weil sie die Luke geschossen hat. Ich schaff das. Ich schaff das. Ja, beeil dich. Rennen. Ich renne. Ich renne. Klasse. Ausgeschafft. Der Allerechte. Der Allerechte ist da. Ey, Streuner mein Bester. Wie geht's? Wie steht's? Streuny. Streuny.